Es ist Freitag, Abend, kurz nach neun. Ich sitze im Zug und fahre rein, am andern Ende des Zuges Kraball, bei Jugend helllicher Engel in den Schwall, draußen auf dem Bahnsteig wird's lauter. Doch die Passanten konnten ihn einfach weiter. Warum müssen die Leute wegschauen? Warum müssen die Jungen immer weghauen und dann noch ihr Opfer beklauen? Es sind immer nur die Jungs, die Scheiße hier bauen. Ich gehe dazwischen, wird aggressiv. Doch irgendetwas läuft schief. Was Hartes trifft mich grad am Schopf. Blut strömt heraus aus meinem Kopf. Da dringt die Sirene schnell heran. Die bedacht, wie schön die klingen kann. Warum müssen die Leute wegschauen? Warum müssen die Jungen immer weghauen und dann auch ihr Opfer beklauen. Das sind immer nur die Jungs, die Scheiße hier bauen. Das sind immer nur die Jungs, die nicht alles schief. Wer ist zum Schulz? Das ist ja das. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018